Eine Pinzette ist ein Werkzeug, das aus zwei langen, dünnen Griffen besteht und an den Enden kleine, schmale Klemmbacken hat. Sie wird oft verwendet, um kleine Gegenstände präzise zu greifen und zu halten, insbesondere in Bereichen, wo die Finger zu groß oder ungeschickt sind. Pinzetten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter solche mit abgeschreckten Spitzen, feinen Spitzen oder breiteren Enden für unterschiedliche Anwendungen. Sie sind in Bereichen wie der Medizin, der Elektronik, der Schmuckherstellung und der Kosmetik unverzichtbar, da sie eine genaue Handhabung und Platzierung kleiner Objekte ermöglichen. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die fünf besten Pinzette. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Winmog Tweezer Set. Professionelle Augenbrauenpinzetten sind kalibriert mit perfekt ausgerichteten Spitzen, um eine ausgezeichnete Kontrolle und Präzision zu gewährleisten. Dies erleichtert das Greifen und Entfernen stärkerer, feinerer Haare. Das Set enthält vier Pinzetten in verschiedenen Formen, darunter schräge Pinzetten, spitze Pinzetten, flache Pinzetten und schräge Spitze Pinzetten, um alle Augenbrauenprobleme zu verstehen und zu lösen. Ein perfektes Geschenk für Männer und Frauen. Die Pinzetten haben einen längeren Griff, was das Herausziehen der Haare einfacher macht als bei herkömmlichen kurzen Pinzetten. Dies ist ihr ultimatives Pinzettenset, das für optimale Langlebigkeit konzipiert ist. Professionelle Augenbrauenpinzetten mit schwarzer Beschichtung für Haltbarkeit und zuverlässige Leistung. Das gesamte Set ist darauf ausgelegt, lange scharf zu bleiben. Pinzetten mit Edelstahlspitze entfernen präzise festsitzende Haare, Mitesser, eingewachsene Haare und Schmutz. Hier ist der Punkt Nummer 4, Okpa 4 Piece Tweezer Set. Die Spitzenpinzetten bestehen zu 100% aus rostfreiem Stahl. Das Pinzettenset wird in einem schützenden Edwi geliefert, das problemlos in die kleinste Handtasche passt. Klein, praktisch, sicher im Schutz Edwi. Vier verschiedene Formen. Die Pinzetten eignen sich hervorragend zum Zupfen von Augenbrauenhaaren und entfernen Haare mühelos von allen Körper- und Gesichtspartien. Mit den professionellen Augenbrauenpinzetten können Sie eingewachsene Haare entfernen, Augenbrauen zupfen, Gesichtshaare entfernen, Spliss behandeln und Ihnen beim einfachen Auftragen von Wimpernextensionen und Doppellidern helfen. Das Augenbrauenset hat ein schlankes und elegantes Design der Pinzetten und bietet einen festen Griff, damit Sie präzise zupfen können, ohne Ihre Haut zu beschädigen. Die perfekt abgeschreckten Spitzen eignen sich ideal zur Augenbrauenpflege und sind perfekt zum Entfernen von Spliss und eingewachsenen Haaren in besonders empfindlichen Bereichen geeignet. Es wird mit einem schönen Edwi geliefert und eignet sich ideal für den professionellen und privaten Gebrauch. Das perfekte Geschenk für Männer und Frauen Der Punkt Nummer 3 – MNBS ESD Tweezer Set Das Pinzettenset besteht aus 10 Pinzetten mit unterschiedlichen Spezifikationen und Konfigurationen sowie einer Aufbewahrungstasche für verschiedene Bedürfnisse. Es kann für die Reparatur von Leiterplatten, Uhren, Handwerk, Schmuck, Elektronik, Laborarbeiten usw. verwendet werden. Das Pinzettenset eignet sich für alle leichten Präzisionsarbeiten. Es kann für die Reparatur von elektronischen Produkten, Kamerareparaturen, Handy-Reparaturen, Uhrenreparaturen, Schmuck, Handwerk, Akneentfernung, Brillenschrauben, Kunstwerke, elektronisches Löten verwendet werden. Das Präzisionspinzettenset besteht aus hochfestem Edelstahl und ist mit einer ESD-antistatischen Beschichtung ausgestattet. Das ESD-Design schützt Komponenten und Griffe vor statischer Elektrizität. Antistatische und antistatische Edelstahlpinzetten sind enthalten. Jede Edelstahlpinzette verfügt über ein passendes Kunststoffschutzgehäuse, das diese Pinzetten umfassend schützt und einfacher zu lagern und zu transportieren ist. Nummer 2 in unserer Liste – Enif Tweezer Sets Das Pinzettenset besteht aus elf Pinzetten mit unterschiedlichen Spezifikationen und Konfigurationen, eins Präzisionsschneidezange und einer Aufbewahrungstasche für verschiedene Anforderungen. Es kann für die Reparatur von Leiterplatten, Uhrenreparaturen, Bastelarbeiten, Schmuck, Elektronik, Laborarbeiten und vieles mehr verwendet werden. Jede Pinzette ist mit einer strapazierfähigen ESD-Beschichtung versehen, um zu verhindern, dass statische Elektrizität elektronische Bauteile beschädigt. Geeignet für die Montage, Entwicklung oder Reparatur von Elektronik- und Computerkomponenten. Vermeiden Sie statische Elektrizität, um empfindliche elektronische Geräte zu schützen. Das Präzisionspinzettenset besteht aus strapazierfähigem Edelstahl mit antistatischer, nicht-magnetischer Lackierung auf der Oberfläche und ist beständig gegen die meisten Säuren und andere korrosive Substanzen. Wärmebehandlung und Härten machen die Pinzetten hochlastisch, robust und langlebig und das Design aus Kunststoff des Mittelteils ist rutschfest und bietet eine stärkere Lenkkraft. Die Kunststoffspitze ist dünn und flexibel. Die Nummer 1 in unserer Liste, Giekechip Eyebrow Tweezers. Die Pinzetten bestehen aus hochwertigem Edelstahl, sodass sie leicht zu reinigen sind und nicht rosten werden. Diese Pinzetten sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und daher robust, langlebig und einfach zu reinigen. Die Greiffläche der Pinzetten ist extra lang, was das Zupfen von Haaren viel einfacher macht als bei herkömmlichen Spitzen von Pinzetten. Die Spitzen der Augenbrauenpinzetten sind sehr spitz und passen genau zusammen. Perfekt konvergierende, handgeschliffene Präzisionsspitzen erfassen zuverlässig auch feinste Haare. Dank der erstklassig abgestimmten Spannung schließen die kosmetischen Pinzetten auch bei geringem Druck vollständig. Diese professionellen Edelstahlpinzetten sind ein großartiges Werkzeug und Geschenk für Männer und Frauen. Gute Pinzetten, die professionell kalibriert wurden, um feinste Haare zu erfassen. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Pinzette unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.